Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge White Noise 2. Heute wieder am Start mit, ja hoffentlich kriegst du es jetzt hin, Helia. Jawoll. Und Bitchpatch. Tschöne, ich habe dort getrunken. Hi. Super. Und hier ist Bitchpatch in einem richtig geilen Leder-Outfit. Boah, heiß. Und die Frisur. Guck mal, lass kuscheln. Oh mein Gott. Und hier, Helia. Vicky, ich dreh durch. Du hast gerade jetzt so richtig heiß. Deine Figur hat voll mitgespielt. Ja, Alter. Ich sehe meine Füße. Okay. Aber pass mal auf, wenn ich... Ich sehe auch meine Füße und ich sehe den fetten Stab in meiner Hand. Wenn ich mich ganz schnell bewege in meine Haare. Oh, guck mal hier. Okay, der Charakter ist echt lustig. Das ist echt krass. Der baut einen auf. Ja. Ja, deswegen. Der ist so... Huch, du bist in mir. Der ist so Candy-mäßig. Oh ja. Okay. Das ist echt geil. Wollen wir? So, aber jetzt geh mal los. Ich nehme meinen... Jetzt geht es los. Die Hände. An die Schulter. Ne. Die Pornonese. Ja. Ja. Pornonese. Oh. Die Pornonese. Ich höre die Glocken läuten. Oh. Ähm, Idol. Links vorbei. Komm, pass. Sack rein. Oder vielleicht. Hä? Hä? Weiß ich nicht. Ich glaube, das war ich, weil meine Hose war so eng. Können wir hier durch? Nein, können wir nicht. Ricky hat mich dazu gezwungen. Oh nein, schon wieder eins. Warum hier sind so viele, äh... Odols? Hast du auf leicht gestellt? Ja. Das sagt man doch nicht. Nein, nein. Ich meine, das ist Alptraum. Ein leichter Alptraum. Scheiße, wo geht's denn hier lang? Entschuldigung. Ein leichter Alptraum. Hier lang. Warte, ich mach den Kompass. Mach mal. Der Kompass sagt hier lang. Wo lang? Wo bist du denn? Hier lang, wo du gegangen bist. Ach nein, ach nein. Jetzt kommen diese Pilze. Verdammt. Was, was ist das denn? Ja, der kann uns dann dadurch sehen. Leichter. Möcht jemand Pee zusammen gehen? Pilze. Oh nein, da ist er. Hier, nimm Tiktak. Nimm dat. Friss. Verschwinde. Verschwinde. Lass Helio in Ruhe. Du bist scheiße. Hey ho. Hey ho. Warte mal, hier ist Tonband irgendwo. Ah, das ist auf der anderen Seite. Er muss mir das Tonband. Andere Seite wahrscheinlich. Hier ist Müll. Hier geht's nicht durch. Was ist denn hier? Ah, das ist ein Räuchstäbchen. Was? Räucherstäbchen? Beiraufstäbchen. Ja, dann kannst du das Monster sehen, wo es ist. Ja, aber das ist mir jetzt wurscht, weil ich weiß... Wo ist denn das? Ach, hier. Ich hab's. Boah. Ne. Da drin. Aber ich nehm's nicht. Juhu. Die hey ho soll's nehmen. Hey ho. Hey ho. Äh, wo bist du denn? Wo ist sie hin? Ich hab grad das Ding genommen. Ich seh das Monster ist da hinten. Wo bist du denn? Seid ihr in dem Haus dran? Wir waren. Da, ich bin bei euch. Komm. Was? Hallo, ich bin hier. Da ist sie. Da ist sie. Das Monster ist grad da hinten lang gegangen. Komm, was zeigt hier lang? Da sollte man nicht hingehen. Wo zeigt das hin? Da hin. Ah, das ist rechts von uns. Rechts? Ja, okay. Du was? Äh, wir gehen in die Richtung von dem äh... Wir gehen in die Richtung von dem Monster. Okay. Das ist rechts. Dann, äh, gehen wir woanders hin. Gibt das Gesicht immer vor mir, Himmel. Geh doch mal vor, Bitchpatsch. Komm, du bist doch unsere Führerin. So geht nicht. Führer mich. Und schmeißt mich. Na. Entführe mich. In die dunkelsten Tüfen. Lass uns schniefen. Oh. Nein. Nein. Triss das. Leide Kind. Weg. Ihr würf immer gleichzeitig. Immer. Nein. Nein. Ich kann mich nicht umdrehen. Geil. Ihr habt nicht gerettet. Ja, gerne doch. Bitte. Das ist ein Idol. Einem Idol vorbeirennen. Es ist wurscht. Okay, okay. Ich laufe vorbei. Ich nehme schon die Batterie. Ja, super. Nimm. Ich renne weiter. Bei mir leuchtet's so schön. Bei mir leuchtet gar nichts. Bei mir grisselt's. Äh, ich höre ihn schon wieder. Nein, hinter uns. Huch. Alarm. Nein, ich hab's gegen den Baum geschmissen und zurückgeprallt. Der Baum freut sich. Der bedankt sich. Ah. Ich rette dich. Nein. Ich leuchte ihn an. Ich leuchte an. Nein, er ist weg. Ah. Noch nicht. Der ist noch da. Jetzt ist er weg. Oh, pardon. Er hat Hängebrüste gemacht. Pardon. Hängebrüste. Das war ein Nidl. Downboost nennt man die auch. Ne, oder? Downboost. Ja, wo lang jetzt? Ja, hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier spricht sie. Ich brauch Batterien. Hiho. Ja, genau da lang. Ah, tiki tiki. Ding Dong. Da schlägt's 13. So. Batterien. Jetzt hat mal jemand noch ein R. R? Ja, hab ich. R. Das müsste hier sein. Ich hab nur einen Punkt. Okay, dann sind wir in der Nähe. Weil hier ist aber auch ein Idol. Das ist ja auch in einer Abteil drin. Ach, das könnte sein. Wo geht's hier rein? Ja, ich hör's. Hier. Hier geht's rein. Ach, höre es. Könnte auch ne Falle sein. Da ist Batterie, komm her. Rikki. Rikki, komm. Batterien. Jam, jam, jam. Ja, Licht. Boah, habt ihr mal den Boden gesehen? Das sieht cool aus. Das ist geil. Was ist denn da runter? Lava. Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Ein Gedanke. Ja, ja. Aber hier gibt's glaub ich... So, was ist... Dahinten ist schon wieder ein Idol. Wohin? Ähm, Kompass? Bist du hin? Aber das muss hier sein. Eigentlich ja. Eigentlich schon, ne. Ah, hier hinten drin. Äh, was ist das denn? Was ist das? Ähm. Das ist ne Falle. Kann ich nicht kaputt machen? Ja. Ja. Okay, das ist ne Falle. Kann ich nicht kaputt machen, ne? Kann ich nicht kaputt machen, ne? Kompass ist noch nicht ready. Ey, merkt ihr was? Wir gammen hier einfach so ein bisschen rum. Ja, oder? Ja. Das ist sehr... Das ist sehr produktiv. Ja. Geil. Kaffeeklatsch. Aber ich bräuchte auch demnächst ne Batterie. Bei mir zuckt's auch rum. Es zuckt. Meine Lampe wohl nicht. Es zuckt. Es zuckt total aus. Ja, es zucken. Jucken. Es zuckt und weg. Oh nein. Boah. Donner und Blitz. Das ist ne Falle. Jetzt noch nicht. Ja, der zeigt uns nur die Falle an. Wir müssen weiter weglaufen. Boah, ich kann den Blick von dieser Hose nicht lassen, ey. Danke schön. Ich von den Haaren vor mir. Danke schön. Achso, ja, stimmt. Du bist doch fair für alle. Und wer schaut mich an? Ich guck dich an. Ich guck dich an. Oh Gott. Dreh dich bitte um. Oh Gott, wo ist sie? Da ist sie. This face. Nein. Nein. Die Pilze. Da ist Ruhe. Die Schimmelpilze. Nein, geh weg. Nein, er hat mich. Ja, er zieht mich an den Haaren. Meine Batterie. Ich hab keine Batterie. Ja, er ist weg. Danke. Ja, er ist dort. Er ist dort. Super. Er ist dort. Dort. So, wohin? Oh Gott, ich hab schon rot. Hm, schön. Ich dackele nur so hinterher. Wie du auch immer hinterher folgst. Entschuldigung. So. Fast geräuscht. Warte mal. Warte mal. Diese Richtung. Warte mal. Da lang. Okay, nicht da lang. Da ist Felsen. Wo warst du nicht durch? Hier lang. Hier ist Felsen. Hier muss es sein. Nein, das ist schon wieder das scheiß Idol. Leck mich doch. Wir müssen da vorbei, das hilft nichts. Wurde bei mir auch da angezeigt. Wer stöhnt hier rum? Ich was nicht. Doch. Irgendeiner. Das wird links von uns angezeigt. Kann das sein. Oh nein. Fris die Lampe. Hier. Texas. Das ist ein Mädel. Das hat wirklich besser. Alarm. Stopp. Ah, nein. Alarm. Oh Gott, er hat mich nicht. Nein. Danke. Gerne. So. Ich glaube, ich werde nicht mehr lange durchhalten. Ich glaube, der braucht mich bloß noch einmal würgen. Hm. Ich glaube, wir laufen hier im Kreis. Und deswegen hier. Irgendwie habe ich auch das Gefühl. Ne, das muss. Der zeigt es. Hier an. Oh, ich höre es. Ich höre es. Ich höre es. Ich höre es. Ich höre es auch, aber wir waren doch hier schon. Das muss hier sein. Ja. Ja, hier wird es stärker. Oh geil. Doch, es ist hier, oder? Ja. Welche höre ich es? Ein Turmband ist in der Nähe. Vielleicht auf der anderen Seite. Hm. Das muss für die Sonne nicht. Ja, irgendwo. Hier ist es. Hier ist es. Kamilia. Nimm's. Ich bin schon da. Ja, ich bin schon da. Da bin ich schon. Und jetzt? Da ho am ist da ho am. Der zeigt mir da lang. Dort lang. Jetzt gehen beide in verschiedene Richtungen. Toll. Ich bleibe hier eiskalt stehen. Nein. Ihr könnt mich mal. Ich bleibe hier stehen. Da ist ein Stator. Alter, ihr nehmt hier die nützlichen Sachen hier nicht mit. Nee. Ich habe mal die Stator mitgenommen. Du bist doch der Führer. Du musst das nehmen. Da ist die Batterie. Guck mal. Guck mal. Helia. Helia, da. Guck mal. Oh ja. Oh ja, jetzt. Oh ja. Oh, hier ist ein Funkgerät. Nimm mal den Sender auf. Jetzt kann mein Stab wieder so schön vibrieren. So, pass auf. Jetzt stell dich mal den Sender hier hin. Ja. So. Ablenkungsmanöver. Bist du ernsthaft beim Sender? Kannst du sehen, wo das nächste Tonband ist? Ja. Ja. Jetzt nimmst du. Ich seh's ja. Nimmst du jetzt den Sender her. Nimm halt. Oh Mann. Ja, du sollst den Sender... Ich kann nicht. Ich habe die Statue. Ach nein, jetzt hat er schon wieder dieses fucking... Ach, geh. Ach, geh. Nein, brav. Friss das. Nimm die Lampe. Du sollst die Statue setzen, dann kommt der alte Sack daher. So, weg damit. Okay, das nächste Tonband ist... Ganz in der Nähe. Warte. Diese Haare, wenn man nach unten guckt. Ach. Ja, siehst du das? Dahinten. Folgt mir. Unauffällig. Jo. Hey ho. Oh nein, da ist ein Idol. Scheiße. Scheiße, wir müssen da vorbei. Uäh. Ganz vorbei. Los, mach es. Das ist für mich. Da ist es. Da ist es. Da ist ne Wand. Und da ist auch das Monster. Nein! Monster! Nein, nicht mich! Nein! 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 Nein, es hat sie... aufgeputtert. Verdammt. Oh nein, sie ist tot. Wo ist diese Tonband? Das bin ich Kaspar. Jetzt kann ich wenigstens die... Idole. Das ist gut. Wo ist es? Das Stören. Hier muss es sein. Wo bist du? Ich seh dich nicht, Micky. Micky, ich seh dich nicht. Micky, ich seh dich nicht. Du musst, du musst dir passt und innerhalb Quitter runnen. Und ich bin tot. Ich seh dich nicht. Du bist nicht mehr da. Ich bin tot. Super. Aber ich bin hier und da ist ein Tonband. Ja! Hier ist ein Tonband! Ja, ich seh dich nicht. Warte, ich komm euch! Hier, hier, da. Da, hallo! Da rein! der ist es da guckt da unterliegt der knödel dödel ich frage mich wie die schläft keine ahnung so eine löcher in dem kopfkissen hat kein kopfkissen die nimmt einfach die haare stimmt die sind aber so fest aus so extra haarspray ich muss da lang ja dann laufen wir da lang was hast du da am hintern ach du hast am hinten so eine starttour hintern mache ich jetzt mal ich weiß noch nicht was sie bringt aber ich mache es jetzt mal das ist irgend so eine ablenkung wasser schlau dass das jetzt in die richtung macht wo ich jetzt hingehe wo ich was ich auch hier höre ich was doch da ist es ah da drin ist es okay geil fühlt sich gut an das schaffen wir nie im leben ich bin allein was war das ich habe angst ich nehme eine batterie auf die ja nicht sterben die batterie wo hier sind die tue die alte hier sind die toll war die batterien hier sind hier oben ja zwei meine so das ist weg die batterie hast du ja hier schon mal hier ist noch eine guckst du ja ich bin fast folgt das ist deutschland schon wieder so ein ding wir müssen da lang statuette aufnehmen jetzt wo ich die batterien gebrauchen hätte können jetzt sind hier kilo weiße ja überall tonnen achtung hier ist ein idol das macht das mal weg hier oben ist auch noch eine unglaublich das ist total scheiße verteilt so das ist weg die da oben nehme ich jetzt sogar wenn ich noch genügend habe für den nachhause weg oh gott lasst mich ruhe okay leave me alone du kriegst mir nicht sag mir bescheid wenn du das monster hörst wenn das irgendwie mal so steigt zumindestens ja ich hab's gesehen da hinten ist ein idol komm her okay warte zack verdammt ich bin zu nah und weg damit okay das ist weg Sender geil ich hab nen Sender sehr schön kann sehen wo das nächste ist komm zeig mir an wo das nächste ist wir schaffen das nicht können wir das schaffen nö so wo wo ist das nächste Tonbrand hä ach da hinten ach hier oh oh ich höre das monster ich höre das monster Alter hier ist das Tor nein das buch wird mir jetzt angezeigt ach wie nein verdammt schon wieder zu spät ich hab gerade Kugel gedrückt verdammt ich auch verdammt es war zu spät verdammt aah das ist doch fies wenn wir das irgendwann mal schauen ich glaub nicht ich weiß es nicht irgendwie da muss man es ist auch schwerer geworden mit den neuen Updates ehrlich irgendwie ist es schwerer ja weil jetzt sind diese Bücher und diese Symbole das gab's früher nicht okay ja das ist schon schwieriger und so dumm ist die KI eigentlich gar nicht ne das ist eigentlich ziemlich schlau obwohl es wir obwohl wir es auf äh ich mein auf Albtraum haben und äh wir haben auf Albtraum ja das merkt man doch ja natürlich so wie wir sterben wir sind richtig geil rumgelaufen wenn man sich das anschaut hätten wir es doch vielleicht hätten wir so mindestens zwei Minuten länger gelebt ja natürlich ja wir sind echt gut rumgelaufen in der Runde stimmt ja das sieht krass aus okay was? äh was nein gut ich bin schon rausgegangen scheiße wie Aufnahme aufgehört wie okay ja gut so ja vielen Dank fürs zugucken und tschau tschau tschüss Sikowski tschüss tschüss mit ü mit ü tschüssi tschüss je wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020